Schönen guten Tag, mein Name ist ProPlayerE. Ich bin GameMod und DiscordMod auf Notebook Frankfurt sowie auf dem Discord-Server. Das ist mein erstes Video, was ich hier aufnehme, zusammen mit FischSuppe und Gino. Ihr könnt mal guten Tag sagen. Guten Tag. Guten Tag Mädels. Jawohl. Wir wollen heute ein kleines, naja, eine Story durchspielen sozusagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten. Ey, Fisch, FischSuppe. Ich hab mal eine Frage. Du, ich hätte echt Bock, mal eine Bank auszubauen. Weißt du, ich könnte mal so Geld gebrauchen, obwohl ich hab ja schon 870.000, aber ja, das reicht mir nicht. Ich muss ja noch die neuen Bugatti kaufen, oder? Naja, ich brauch aber Geld noch. Du, ich hab eine Idee. Wollen wir die Bank überfallen? Gerne. Du, pass auf, dann komm. Wer holst du hier? Mach gut. So, C4. Wir steigen jetzt erstmal aus und sprengen jetzt erstmal hier alles auf. Ja, da soll die Tür grüßen. Ah, da hab ich doch was. Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon. Hier, Polizei. Kommst du? Ja. Komm, jetzt stell dich mal hier unten hin. Äh. Äh. Ich werd dich umbringen dafür. Du wirst noch sehen, was dadurch passieren wird. Das war doch jetzt nicht so gemeint. Also, ich wollte dich doch jetzt nicht in die Luft jagen. Also. Naja, dreht ruhig weiter. Du wirst schon sehen, was passiert. Hehehe. Hehehe. Das ist mir eigentlich auch vollkommen egal, was so ein Fisch da ist. Nein, bitte. Habe ich halt mehr für mich? Ah, ich bringe jetzt erstmal schon mein Geld weg hier. Hehehe. Alles für mich. Das ist mir sehr komisch, dass ich so ein Fisch da mit sehen sollte. Ah, ist das gemütlich hier eben. Ja, schön in der Criminal Base Chain. Ohne diesen komischen Fisch und wie sind die alle heiß. Was ist das denn? Was ist das denn? Aua! Ah! Scheiße! Was ist das? Hilfe! Äh. 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 Scheiße, ich muss Feuerwehr anrufen. Feuerwehr. Ah. Wo ist ein Telefon? Notrufzentral, äh. Frankfurter Feuerwehr. Guten Tag, mit wem du bist? Äh. Proplayer E hier. Ich bin in der Criminal Base. Hier brennt das gerade. Ich weiß auch nicht warum, aber hier ist überall Feuer. Ich bin hier drinnen. Hilfen. Helfen Sie mir. Ich verbrände. Sind Sie verletzt? Äh. Sind Sie verletzt? Wenn Sie sich nicht beeilen, dann bin ich tot. Okay, wir kommen. Halten Sie durch. Ich höre Feuerwehr. Ich höre die Feuerwehr. Hallo. Da, da sind sie. Meine Rettung. Hallo. Hier oben. Hallo. Helfen Sie mir. Hier oben. Hilfe. 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 Kommen die raus. Ja. Ja. Kommen Sie mal. Ich kann nicht raus. Es ist alles voll mit Flammen. Bitte helfen Sie mir. Ich sterbe hier drinnen. Kommen Sie schnell weg. Ja. Ja. Also kommen Sie raus. Aber ich brauche einen Gattungsdienst. Na wer ist das? Hilf hier. Haha. Du opfer. Sag mal. Du wachst es dir nicht. Du wachst es dir. Mir Vorwürfe zu machen. Hast du etwa das Haus angezündet? Werden von? Ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast das nicht wirklich angezündet. Hilfe ist unterwegs. Bleiben Sie wo Sie sind. Ein Rettungswagen ist unterwegs. Ich muss mich hier anladen. Hier. 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 Hilfe. Hilfe. Helfen Sie mir. Guten Tag. Alles gut bei Ihnen. Was fehlt Ihnen denn? Nein, nein. Ich habe überall. Es tut alles weh. Ich war gerade da in der Criminal Base. Die wird jetzt gelöscht hier. Ja, die Feuerwehr ist scheinbar hinter das Haus gefahren da. Ich muss sie erstmal verarzten. Kommen Sie mit ins Krankenhaus. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Aber hier. Kommen Sie mal mit. Hier. 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 Legen Sie sich erstmal hier hin, ein Arzt wird gleich kaum. Starke Verbrennungen im Bein- und Armbereich. Alles nur wegen diesem blöden Fischkopf, ey. Der mich als Wissen fragt. Ich hab doch einfach nur... Ich wollte ihn auch nicht mal jagen und er hat mich jetzt einfach umbringen sollen. Und sie sich erstmal aus. Patient, sei alles gut bei Ihnen. Der Patient ist leider gestorben. Tut mir leid. Ich kann nichts mehr für ihn tun. John Potter Der Patient ist leider gestorben. Dieses Programm hat nur für ihn zu späten. 23 dürfeier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Correcte wird... Die Verkaufgabe wurde von Verkaufgabe.